Na gut, das haben sie probiert, da gibt es eine große Koalition und da sind die Hamburgerinnen und Hamburger froh oder nicht, aber es ist doch meiner Meinung nach ganz einfach, ganz einfach. Dieses Land ist desorientiert. Wählerinnen und Wählerinnen und Wähler sind desorientiert. Das heißt, wir haben Wahlergebnisse, die eigentlich den Parteien nicht gefallen. Die Parteien wollen sich eingerichten in Schwarz-Gelb, Rot-Grün, zwei Alternativen, ihr mit das oder jenes und dann stimmt es. Plötzlich sagen die Wählerinnen und Wähler nein, sie geben keine klare Mehrheit. Was macht man da? Ja, dann muss man auch so machen. Wenn wir uns einbetonieren lassen, in Rot-Grün, sind wir in einer Situation, wo natürlich ab bestimmten Momenten vielleicht die SPD, sie steckt in Nordrhein-Westfalen. Vielleicht kriegt sie nur eine Rot-Rot-Mehrheit. Was sagen wir dann? Ja, macht nichts. Ist ja Pech, ja? So. Das heißt, wir sind gefordert. Und was ich nur will, ist rauszukriegen, ob sich was bei der CDU besitzt, wie sich was bei der SPD in vielen Fragen bewegt hat. Und wenn sich nichts bewegt hat, dazu reicht, dann geht es nicht. Und wenn sich was bewegt hat, dann wird vielleicht eine Möglichkeit sein, ich nehme euer Schulbeispiel. Ich nehme euer Schulbeispiel. Ich finde das wunderbar. Wie Sie gesagt haben, wir wollen eine Reformschule. Hier, ausprobieren. Ich mache einen Zusatzvorschlag. Ich hatte das gemacht, als ich Dezernent für multikulturelle Angelegenheiten in Frankfurt, habe ich folgenden Vorschlag gemacht. Wir sollten eine Schule machen, wo man an einer Schule demonstrieren kann, dass man gleichzeitig eine Lehre und eine Abitur machen kann. Weil ich glaube, dass das für gerade für die Krankenkinder, auch wenn die Schule seit ein Jahr länger dauert, was anziehend sein kann. Und ich war in der Reformschule, Wohnwaldschule, das war eine Eliteschule, aber da konnte man es machen. Ja, und ich finde, das wäre zum Beispiel etwas, was Sie hinzunehmen könnten. Aber diese Reformschule, da glaube ich, dass es in Hamburg vielleicht Ihnen übernehmen. Was sagst du dann, wenn Sie sagen, in dem Koalitionsvertrag in Hamburg, wir übernehmen den Vorschlag von München und machen diese Reformschule? Das ist dann rausgekommen. Was sagst du dann? Ja, aber es ist nicht die gleiche Reformschule, als in der CDU. Oder, nee, das gefällt mir nicht, weil Sie was im Hinterkopf haben, was ganz anders ist. Das stimmt alles. Ja, das ist ein alter Mann wie ich. Ich muss aber nicht gefällt mir fest. Die alten werden die Welt nicht mehr verändert. Also, es gibt so, als ich steigte in Heimer, mag ich doch wirklich, ja. Aber das war doch der Mann, ja, der irgendwann uns, ja, wirklich mit Auschwitz und so weiter, wirklich ganz schön zu... Ja, er hat sich geändert. Aha. Aha. Er, vielleicht wird sich auch der Herr von Meusten ändern. Mit heute auf morgen. Mit heute auf morgen. Mit heute auf morgen. Was glaubst du, wie schnell Grüne sich von heute auf morgen geändert haben, als die Ministerwerte kommen? Das ging so schnell, dass ich das gar nicht sehen konnte. Und als die Minister nicht mehr waren, bot sie wieder die alte Mögel. Ich vertraue in die Menschheit. Ich habe tiefes Vertrauen, ja. So. Aber wir sind nicht einer Meinung, die Geschichte wird es zeigen. Ich will jetzt zu den zwei Fragen noch, die mir gestellt wurden, auch stellen. Ja. Die eine Frage ist Globalisierung und Stadt. Ihr habt übrigens, ihr habt hier in München, und da finde ich, das müsst ihr noch mehr herausarbeiten, was ganz Tolles gemacht. Gehen wir in dieser Globalisierungsdebatte. Ihr habt Microsoft rausgestoßen. Ihr habt Open Source einfach durchgesetzt in der Stadtverwaltung. Das ist, das ist etwas, was wir europäisch diskutiert haben. Also mal so rum. Und ich, zum Beispiel, wie wäre es, wäre es, ein Bündnis der Städte macht, um das Beispiel von München überall durchzusetzen. Das wäre ein Schritt hin zu einer Fragestellung einer andimensionalen Globalisierung. Und ich glaube, diese Debatte kannst du in Hamburg, welche Konstellation in Himmer, in Köln, in Frankfurt, in Tübingen, kannst du gleichmäßig führen. Das finde ich eine gute Sache. Und das Zweite ist, was angesprochen wurde, sind die europäischen Debatten und was ist mit der Daseinsvorsorge und ob man die Daseinsvorsorge unter dem Vorbehalt des Marktes stellt oder nicht. Da habt ihr recht. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem, was mit dem Vertrag von Lissabon erst mal so sich stabilisiert hat, dass explizit in diesem Vertrag aufgenommen wurde, dass die Daseinsvorsorge einfach aus dem Wettbewerbszwang rausgenommen werden kann. Nicht muss, kann. Das andere Problem ist, welche Mehrheiten im Europaparlament jetzt die Richtlinie nicht nur zu Daseinsvorsorge, sondern auch der Zwang nach städtischer Ausschreibung europaweit eingeschränkt werden. Warum? Weil ich finde, so richtig die Idee war, der europaweiten Ausschreibung, um im Grunde genommen die ganze Korruption, die es natürlich gegeben hat, lokal, mal aufzusprengen, so falsch ist es jetzt, die lokalen Handwerker, Handwerkerinnen, die kleinen Betrieben grundsätzlich von den Investitionen der Städte oder der Region auszuschließen. Und das sind sie automatisch mit dieser mechanischen Übernahme dieser Richtlinie. Da glaube ich, dass auch von München aus oder anderen Städten hier eine Initiative ergriffen werden kann, aber nicht nur auf nationaler Sehen, sondern auf europäischer Ebene, um diese Auseinandersetzung mit uns auf der europäischen Ebene zu führen. Da habt ihr ganz recht, hier läuft was falsch, hier gibt es auch Mehrheiten in Europa, die nicht richtig sind und man kann meiner Meinung nach einen Druck mobilisieren, um hier entscheidende Veränderungen vorzuschlagen und wahrscheinlich durchzusetzen. Weil das Problem, das Problem, was wir sehen müssen mit der Globalisierung, ist ja, alle die sagen, die Globalisierung zwingt uns zu mehr Wettbewerb, zwingt uns zu niedrigen Löhnen und so weiter, das ist natürlich Quatsch. Denn, ganz ehrlich, wir konkurrieren nicht auf der Lohnebene mit den Chinesen, da würde man einen Euro pro Stunde bezahlen. Und das wird auch nicht gehen, sondern die Globalisierung wird als Argument genommen, um hier Löhne zu drücken. Aber nicht, weil es eine reale Konkurrenz ist, sondern weil es ein Mittel, weil es Angst macht und natürlich die Angst vom Arbeitsverlust führt dazu, dass die Kapitalseite ein Vorteil ist. Das ist sogar bei Karl Marx und so, ja, und das hat sich natürlich nicht geändert. Das ist die Frage, die wir, die Antwort, die wir geben müssen. Und das ist jetzt interessant. Zum Beispiel, können die Städte wieder ein Bündnis machen für städtische Mindestlöhne? Niemand, niemand verbietet, dass Städte sagen, ab jetzt werden städtische Löhne unter dem Vorbehalt eines beziehungsweise Mindestlohngesetzes. Und das kann man dann in verschiedenen Stellen, um zu zeigen, dass wir der Meinung sind, in der Tat, dass wir da eine Beispiele setzen können, um diese Auseinandersetzungen in Deutschland voranzutreiben. Und wenn wir, darum geht es, die Fantasie, irgendwie hast du gesagt, wir haben die Fantasie. Wir müssen die Fantasie haben, Vorschläge zu machen, die wir dann mit anderen durchsetzen können und wollen. Wir müssen also Koalition bilden. Koalition mit Städten, mit Gruppen, mit Regionen, die, wie wir meinen, dass wir nur dann die Globalisierung auch positiv besetzen werden, wenn wir den notwendigen Schutz auch, da wo die Globalisierung Zerstörung von Zusammenhängen bedeutet, wenn wir diesen notwendigen Schutz organisieren und mobilisieren können. Das ist genau die entscheidende Frage und das bedeutet wiederum, wir müssen politisch handeln. Der Gegensatz, der Unterschied zwischen uns und der Linken ist, die Linke, die meint den Teufel an die Wand und sagt, damit werde ich Kabel gelösen. Wir sagen, nein, es gibt natürlich, natürlich profitiert Deutschland.